Der Stuhl kommt mein Wörster Story bekannt vor, glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich übersteuere auch die ganze Zeit nicht, so wie es gerade aussah. Und cool, diese Zombies. Okay, wo verziehe ich mich denn jetzt mal hin? Wo ist denn die Kiste? Das ist gar nicht geil. Die Zombies sind mega kacke. Warte. Ah, ich mache mir damage die Granaten, ne? Äh... Soll ich mir jetzt... 4.000, ich hole mir ihr selbst tritt. Ich glaube, das war schneller Nachladen, ne? Ne, war es nicht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich hätte mir echt mal vorher gucken sollen, was das ist. Ich kann da keinen wiederbeleben, das würde nicht klappen. Alter, uncool, uncool, nicht geil. Okay, ähm, hier vorne ist es easy, ne? Wie könnte man das noch machen, dass der Teleporter funktioniert? Teleporter... Teleporter kühlt ab. Achso, ich glaube, man muss einfach nur warten, oder? Ich höre ganz viele Zombies. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Oh, ja. Au. Nein, einschlag noch bin ich down. Ich will mal kurz ein bisschen rennen. Okay, wir folgen mich gar nicht. Ich brauche mal Munition. Ja, Munition wäre ich ganz geil. Ich höre gar kein Zombies, also belebe ich ihn schnell wieder. Okay, alles easy. Geh der Teleporter wieder? Ne. Oder doch, Plattformverbindung. Schnell den Teleporter gehen. Kommt der mit? Kommt der mit? Ja, jetzt muss man da hinten, glaube ich, hingehen. Glaube ich zumindest. Also, wenn man Kollegen hat, die mitspielen, das ist alles viel geiler. Da hinten ist Jugger Nock. Das gehen wir uns. Kommt, da hält man nämlich einen Schlag mehr aus. Jugger Nock ist geil. Irgendwo ist die Kiste. Wo ist die Kiste? Ich höre doch irgendwo die Kiste. Ich weiß echt nicht, wo die ist. Ich habe wenig Map. Ach, hier hinten ist die. Double Tap. Macht mal zwei Schüsse auf einmal. Ja, nimm doch jetzt mal die Scheiße auf. Ja, komm, gönnen die jetzt. Ich nehme jetzt. Komm schon, Kiste. Komm, Zombies, wisst ihr Leute, ne? Die ist gut, Rpk. Die müssen mehr punchen. Da müssen wir erst mal ein bisschen Geld zusammenbekommen. Oh, die Musik ist ja geil. Die Rockmusik aus Kino der Toten. Ich weiß gar nicht, wann die aktiviert wird. Und ich hoffe, da ist keine Gamer drauf. Wäre natürlich ziemlich scheiße. Achso, ich glaube, die wird aktiviert, wenn man irgendwas macht, ne? Irgendeine Spieleaktivität. Auf jeden Fall kommt Zombiehunde. Und cool. Hier schneller, schneller wiederbeleben. Ich komme, man konnte nur drei Perks haben, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, nicht geil. Ich bin mir echt tot. Oh, die Musik ist echt geile. Okay, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Nein, ich habe die Falschschwaffe getauscht, als ich dachte. Das war einfach unser Tod, oder? Komm schon. Komm schon, ich helfe dir. Jetzt mal zum... Alter, richtig Kackrunde. MP40 haben wir noch. Wir haben alle Waffen wieder. Also wir haben drei Waffen. Ich glaube, das ist... Ja, das ist dieses, was ich genommen habe. Das Grüne. Oh, diese Musik ist so geil. Uns fehlen nochmal Punkte. Da können wir hier reingehen. Oder gar nicht. Ist hier gerade schon wer drin? Ich glaube, da ist gerade schon wer drin. Man aiming das echt zu wünschen übrig. Vorsteher Nachnahme. Irgendwie so... Insta-Kill immer ganz cool. Alter, uncool. Wir halten zwar einen Schlag mehr aus, aber wir sollten es auch nicht ausreizen. Was ist das denn? Ach, alles gratis, glaube ich, oder? Ich glaube, alles gratis, oder? Wenn ja, sollte ich mich jetzt beeilen. Ist alles gratis? Spiekola. Oh nein, das war nicht gratis. Wann das gerade ist das Dollar? Ich weiß gar nicht, was es gerade war, aber ich würde nachladen, wenigstens. Jetzt muss ich noch erst mal wieder Geld zusammen sparen, damit ich die Päcke punishen kann. Das ist natürlich schlauer, dass der eine Typ down ist und wir ihn jetzt nicht wiederbeleben können. Runde zwölf sind wir mittlerweile. Alles reparieren. Dafür gibt es leider kein Geld. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Fast habe ich noch was genug. Das ist die Verbindung, muss man wieder instackel. Instackel ist immer gut. Das ist gleich zu Ende, instackel muss ich aufpassen. Drum haben wir. Das gibt, glaube ich, Punkte, glaube ich, dass wir genug haben, um Verbindungen, die Plattform zum Kern. Vier Tauers und Krasse Päckepunch. Diese Maschen wieder dadurch, wie ich hier. Biss noch, dann kann ich Päckepunchen, die Waffe. Okay. Ähm. Ich bekomme aber schon 4.000 zusammen. Ich überlege auch momentan noch, ob ich dann als die nächste Runde ähm nächste Runde Black Ops 2 nehme und darauf dann wieder Black Ops 1 und so weiter. Immer wieder hin und her. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das handhaben werde. Nein, weh, du gehst ein Teleporter. Weh, Alter. Nicht, bis ich genug Geld habe. Ich bekämmte ihn hier, damit ich auch, wenn er reingeht, mit reingehen kann und von oben vielleicht noch so viel Kohle mache. Dann hat man loswerden. Verpiss dich vom Teleporter. Uncool. Fast genug. Oder? Ich habe es überlebt. 4.000. Der BK Reiner mit dir. 5.000 kostet das. Ich bin der dümmste Mensch auf Erden. Oh, ja, ich habe vorhin dieses eine Perk gekauft. Also ich dachte, dass es gratis ist. Ne, leider nicht. Scheiße, jetzt habe ich echt gerade Zeit verschwendet. Sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Das ist cool, der Raum. Aber ich glaube, jetzt ist es gleich vorbei mit uns. Weil die Themen jetzt in Dauern am Sterben sind. Keiner hat eine Laserwaffe. Und dann hat die, äh, Railgun bisher gesetzt. Alter, nein. Okay, das ist mein Ende. Okay, das ist... Okay, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein... Ja, das ist mein Tod. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es mein Tod ist. Es gab aber noch einer am Leben. Einer ist schon rausgegangen. Ja, der eine hat ein... Ja, der hilft mir, glaube ich. Ja, ja, er hilft mir. Ja, aber jetzt sind meine ganzen Perks weg. Ja, Atombombe. Meine ganzen Perks weg, Alter. So ein Scheiß. So ein Scheiß, ne? Das glaubt mir keiner, ey. Die Perks, die ich mir so teuer zusammengekauft habe, sind jetzt alle für die Katz gewesen. Nur weil ich mich in so eine dumme Situation gebracht habe und mich da habe ich einkesseln lassen. Anfängerfehler. Jetzt halte ich wieder wenig aus. Alter, alter, uncool, 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 uncool. Ich habe auch in allen nicht mehr so viel Munition. Jetzt müsste aber eigentlich eine Waffe von mir weg sein, oder? Das war ja so klar, dass eine Waffe von mir weg ist, ne? Und dann auch die gute. Also gerade halten wir uns hier ja noch. Du machst einen Abgang, Zombie. Und jetzt habe ich noch einen Schuss mit der Waffe. Ich brauche Munition. Kann ich den Potter wieder verbinden? Ne, kann ich nicht. Das wird jetzt spaßig, darunter, weil ich gar keine Munition mehr habe. Komm schon, bitte gib mir Munition. Alter, hinter mir. Ich würde das mal versuchen, so ein bisschen zu one. Manchmal hilft das ja, bis maximal eine Munition kommt. Außer ich werde eingekesselt von irgendwelchen Zombies. Kurz Munition. Wir könnten einmal zur Kiste gehen. Glaubt ihr, ich kann Munition hier verkaufen? Ich kann da von Munition kaufen. Ist aber halt teuer alles. Schnell geholfen. Nein, 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 nein. Ich muss laufen. Ich bin so gut wie tot. Jetzt fehlmeld wieder herstellen und nachladen, ne, also das konnte ich jetzt ziemlich gut gebrauchen. Kann ich den Potter wieder aktivieren? Kann ich nicht, kann ich verlinken. Achso, ich muss glaube ich da hinten erstmal den Link wieder herstellen. Und jetzt kann ich hier den Teleporter aktivieren. Und jetzt dann nämlich mal wieder scharfen. Und falls irgendwas ist, kann man sie einfach verdrücken. Oh, uncool. Uncool, uncool, uncool. Wir sind jetzt hier ziemlich eingekesselt. Man könnte natürlich hier mal rumlaufen, weil da finden so viele Leute hier. Da kommen auch ganz viele Zombies. Oh, oh. Welche Welle sind wir? Welle 14. Oh, da kommen jetzt noch ein bisschen entgegen. 3.500, ich brauche noch bis 5.000, dann kann ich hochgehen schnell. Geh nicht in den Teleporter rein, ohne mich. Wenig Munition. Nein, nein. So ein Spasti, Alter. Du bist so ein Penner, du Typ. Weißt du das, dass du einfach ein Penner bist? Oh man, Alter. Why you don't wait? Spasti. Ich muss da irgendwie schon für Munitionen holen. Das muss ich schon wieder Munitionen verballern. Wir haben die Halle, Sir. Ich brauche mehr Geld. 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 Äh, sind wir das Zombione, ne? Ja, sind das. Und das ist mein Ende. Ich mache nämlich keinen Schaden. Ich hasse Zombione. Und da träge ich einen Black Ops 1, ne? Ja, das ist mein Tod. Das sind drei Stück auf mich. Ja, das war so klar, man. Weil auch alle weg sind. Der eine ist schon geliefert, weil er ein Noob ist. Drei K.O.s habe ich in der Einde noch gar keinen gehabt. Braucht ziemlich wenig Abschüsse. Ja, super, das ist mein Ende auf jeden Fall. Da sind nochmal eine Waffen weg. Also starte ich gleich bei 0 und dann wird es für mich die Runde eh der Rest kotze. Und dann wird es für mich die Runde, 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 die Runde. Vielen Dank.